Der ist mir, der ist krass Aus geht's Oh nein, der fickt uns Jetzt werden wir gewinnen, komischerweise Ne, glaub ich nicht Ich glaub der bums uns trotzdem Was ist das für ein Spiel? Ja, aber das ist scheiße, Achi Nimm doch einfach auf Nein, nein, dann könnt ihr sehen Ja, aber das ist scheiße, weißt du ich mein Das ist scheiße Arzimiert mich Ich bin dann weggegangen, Seldeph Ich hab Achi gesehen, deswegen Da ist er So, den einen hält mir schon mal Oh nein, Seldeph Seldeph hat es zerwischt Nein, nein, Seldeph Seldeph hat es zerwischt Jank Jank hat es zerwischt Ja Jank hat es zerwischt Jank hat es zerwischt Ich hab's nicht zerwischt Ja Ich hab's nicht zerwischt Wie denn? Nein Nein Auf K, Alter So blöd, ne? Ja, wegen Janky 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 Warte, warte oh mein gott was macht ihr? die sind alle auf K ne die sind da, die versuchen zu hacken aber Achi kommt da die ganze Zeit der hat halt spiel wahrscheinlich auf ultra laut Roman Esten ist gekommen, ja? sorry, ja das ist gut vielleicht wird man auch ja ich wollte PC hacken aber ach dankeschön komm mit ja 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 geh mal weg da, ich opfer mich, der soll mich ruhig holen jetzt gewinnen wir ja, wo denn? weiß ich eben nicht bäh, wie? hä, ich bin normal ähm, distort beim Ding, PC äh, bei dem großen Saal, da wo die Gefängnisse sind ah, fuck und da hat er dich auch eingefangen, oder was? ja scheiße warte ich schilfe dir oh, hol an oh, hol an oh, hol an oh, oh 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 wo ist der PC? ich seh den nicht ach, da ist er warum konnte ich mich auf einmal jetzt so gut verstecken? jetzt hast du mich nicht mehr gesehen, ne? haha obwohl ich direkt neben dir war, hä? er hat mich, nein, ich war am PC ist er fertig, oder was? ne, der ist fast fertig, der PC der, wo ich eingefroren bin, da ist auch der Letzte da müssen wir halt hin der hat die Tür bei mir zugemacht es gibt doch mehrere PCs der, der steht in der Ecke der, der tut jetzt campen auf Twilight pass auf, der steht da weil er, weil er, weil er jetzt muss, er muss campen weil er hackt das aus man macht für mich die Tür zu einem, weh der holt mich der müsste den PC fertig machen jetzt bin ich mal gespannt jetzt bin ich mal gespannt yeah hä, ich hab E gedrückt was ist das für ein verbocktes Kackspiel der kommt zurück, ne? jetzt verliert der, ne? jetzt verliert der jetzt verliert der warum camp der jetzt auf einmal? das versteht ich nicht ja, tryhard halt, ne? ja geht ruhig raus, bin eh aha oh, geht aus ja, easy hä? was ist? ja, alter ja, alter du fang erst, kommt raus vor allem, oder? voll unlogisch, hä? ja, moin ey, ich würd's erstmal was essen, ja? ich bin erstmal raus jo ich glaub, du wolltest streamen anschauen ripp ripp oh, fuck, Digga mit Glück kannst du hinkommen ah, ne ey ey er wartet bis du aufstehst er muss das sind Taktiken, die hat er davor noch nie gemacht na klar, Digga ja, see aber trotzdem hast du verloren, ne? ich hab drei Leute bekommen, was willst du? aber sonst hast du immer gewonnen, komisch, oder? ich hab alles in der Aufnahme ich hab drei ich hab drei bekommen den einen hätte ich auch fast bekommen, wenn ich nur schnell zur Tür gerannt ja, Mann, das stimmt ja, hier, hack ich sogar nicht, alter was wollt ihr von mir? trotzdem hast du verloren hab ich nie gesagt ich hab drei bekommen trotzdem hast du verloren okay für kleiner Pisser gib mir den Hardcore, Mann ach, ich gewinnt auch nicht immer, das ist Quatsch oh nein ich glaub, ich bin dran oh, Digga ich hab doch gesagt, nur Tomate suchst, die haben alles reingeknallt, Alter ja, damit oh, in die Map oh, ja ey, aber Dome, du kannst uns echt bezeugen, dass ich nicht gehackt hab, Mann ja, tust du auch nicht aber Cenk hackt da ist safe ach, Cenk, hast du deine Figur, der hat dem Hammer angepasst, oder was? nein, ich weiß auch nicht, warum das so ist ich wusste es gar nicht ich weiß auch nicht, warum das so ist ich weiß einfach genau so aus, Alter als die Dieter Bohlen Dieter Bohlen, Junge ach, Mann der E-Sportler ich glaub, ich brauch auch mal 800 für so ne dicke Truhe, Alter ja, ich mach das auch grade ich hab grad 500 ja, ich hab jetzt mein Licht, deswegen dicke man, diesen Weihnachten gibt's Ding, spezielle Kisten und, äh... wer ist, wer ist Killer? ZDF ja, mit der Affedolzen, ja hallo, ZDF so gut in Hunger hallo, ZDF 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 ja, wahrscheinlich, weil nicht viele bestellt haben hm ah, Dieter Bohlen, wenn mir was geht oh, ZDF oh, ZDF oh, ZDF ERROR 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 Hälter, wo ist das? it's on the roof the roof is on fire oh, ZDF anschnell jaaa Jungs, Hilfe ja hallo ah, ich muss schon an ihm hehehe hehehe oh nein, Cenk, was tust du da? Killer, Mann Hehehe boah ich seh nur wie Janks wie Janks löscht durch die wand verschwindet hehehe ZDF Ja? Ja? Jagt mich Domi! Oh mein Gott! Befrei Jank! Befrei ihn! Hab ich schon! Los, Elef hat mich nicht am Seil! Nein, hast du nicht! Wetten wir, du hast nicht! Hä, wo bist du? Weg! Ey! Ich hab dir gesagt, du hast mich nicht! Oh so, jetzt lass ich mich gar nicht mehr überschleifert! Versprochen, ver... Edith! Ja? Look behind you, my friend! Hallo! Hallo! Oh! Nee! 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 Ja! 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 Boah! Schmeck, Bro! Hallo? Ne, aber können wir auch mal nach Kodomo? Ist der Defekt? Eiskalt? Habts gesehen? Mit meinen eigenen vier Augen... Äh, wo bist du? Hä, warum, äh, komm doch mal raus! Du hast zu lang gebraucht und da ist das dann offen. Ach, Mann. Die ist da nicht, Bro, du kannst weitermachen. Ja, weil ich dachte, du kommst. Ja, normal, ey. Oh, was geht ab, Jungs? Das ging schnell. Einfach Dieter Bohlen, Digga. Das ging schnell. Der letzte war auch hier irgendwo. Hab ihn gefunden. Ja, bin da. Guck mal, wie er da reinguckt. Guck mal, guck mal. Der Bohlen, Alter. Jetzt wird geärgert, meine Damen und Herren. Was geht auch, meine Damen und Herren? Ich bin der Boss. 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 Oh, jetzt bin ich gefickt. Oh. 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 ZDF kennt der Mausgang. Noo. Am Mausgang? Ja, du kennt der Mausgang. Aber es ist noch andere. Nein. 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 Oh, das war so gut. Is that the effect? Oh. 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 Tommi! Ja, bitte. Der guckt grad zu? Ja. Geh weg, du Hacker. Geh weg, du Hacker. Geh weg, du Hacker. Tommi, guck zu, guck zu. Ja, süß. Let's go. Ne, Waren, oder warum guckst du mal bei meinem Monitor? Du hast auch gekriegt, wo ich bin. Nein, nein, ich guck, äh... Ich guck, klar, meine Rolle. Oh, Achim, willst du? Ne, doch nicht. Auf der Arsch. Ja, auch blöd. Na, wo... Ja, ich guck, dich... Ja, ich guck, dich weckst... Ja, ich guck, dich... Ja, ich guck, ich guck! Okay, komm. Kann ich gehen? Ja. Lüge. Versprochen? Versprochen, mein Schein. Okay. Ich geh an der Ausgang. Sie glaubt's einfach. Oh, Mann. Ich liebe es, in diesem Spiel mit Feuer zu spielen. Was ist eigentlich in dem letzten Hammerding drin? Boah, Junge. Was geht denn da? Marvin, Marvin. Radcliffe wär geil. Ey, mein kleines Schöster spielt mit. Ja? Boah. Jawoll. Ey, Dieter Bohlen, lass mal bitte. Diese Kinder anwesend. Der beste Jäger in Friede Facility. A.K. Achi. A.K. 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 B. A.K. Aas'n was du mit. Mmmmm. Oh, thankoh what the fuck! Ist der Jäger! Cämper! Wahrscheinlich klingne ich's bei mir gleich. Scics drauf. Cämpe. Oh, alls good, bro. Ich lass mich nicht von Dink gewischen. Ob! Cenk ist beim Farmhaus. Guck mal, entweder ich mach komplett Alleingang und scheiß auf alle, oder ich rette jeden, aber dann geh ich drauf. Ne, mach Alleingang. Soll ich diese Runde Alleingang machen? Ja. Seraph, es tut mir leid. Jeder nur...